Wie ist da? Mein Gott. Wie weit geht's denn hier noch? Oh, vielleicht können wir ja schon mal sehen, wo wir hin müssen. Obwohl, hier sieht es sich dann noch aus, als wenn hier eine Stadt wäre. Natürlich doof. Naja gut, dann kämpfen wir erstmal. Dann schauen wir weiter. Wir haben jetzt auch viele vernünftige Leute hier wieder. Stärkere. Hier einen neuen haben wir noch dabei. Also der halt möchte ich auch lieber trainieren. Du 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 du. Oh, Kiwi kann jetzt richtig weit. Oh, das ist ja geil. Cool. Entschuldigung, den war hier ganz nach vorne. Ich hoffe, der kann auch immer noch so stark aushalten hier wie vorher. Der blöd, der nicht. Oh ja, er ist jetzt richtig ritterlich hier geworden. Da oben hängt auch noch einer rum. Dann greifen wir nochmal an. Gucken wir, was Rick so drauf hat. So, dann kommt Peter-Line. Ha. So, Bowie. Bowie, Bowie, Bowie. So, ich finde, Bowie sollte gleich hier den schon mal angreifen. So, dann kommt Kasi noch dazu. Ähm. Oder vielleicht doch lieber die anderen. Dann soll Kasi mal den hier platt machen. Vielleicht auch sofort schön Punkte dafür. Vielleicht kriege ich den ja auch noch aufgelevelt hier. Ja, Luke ist stark wie eh und je. Wunderbar. Na, 15 ist auch nicht übel. Geh halt schon mal hier erstmal Sarah beschützen. Wenn der Gargoyle gleich runterkommt, dann kriegt er erstmal was drauf. Und dann gucken wir doch mal, wie stark Kiwi jetzt ist. Boah. Cool. Richtig geil sieht der aus, ey. Blub, blub, blub. Ja, ja, ist auch cool jetzt. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ha. Okay, Kiwi ist so gut geblieben wie... Okay, ja, wie vorher. Aber ist jetzt sogar noch besser durch das ganze Reichweitenbedürnse. Ist natürlich voll cool. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. So, jetzt probiere ich mal Slate hier aus. Vielleicht ist er ein bisschen stärker geworden. Sogar sieben. Respekt. So, mit der neuen Waffe ist er jetzt auch wieder zu gebrauchen. Oh, blödes Viech, ey. Heikling. Ach, nö. Das soll jemand anders machen. So, dann... So, das sollte ausreichen. Ja, super. So, Chester. Chester. Den schicken wir hier hin. Der macht das Teil jetzt erstmal platt. Oh, Level 21. Wow. So. Jetzt kommt Gerhard. Bam. Oh. 26. Wow. Jetzt ist er auch Level 20. Cool. Ich glaube, ich ziehe jetzt ein bisschen zurück. Ich will gucken, dass ich Sarah jetzt aufleveln kann. Das wäre natürlich super. Und May nochmal. Dann könnte ich den mich gleich eben schnell befördern. Also, dann würde ich eben den Kampf unterbrechen. Und dann muss man wiederkommen. Mein Interessant. 1. Spinning. ruler. 1. Er. G impさい. 20. 20. 20. Das ist natürlich sehr doof von hier. Richtig blöd. Tja, dafür kriegt sie jetzt erstmal so richtig einen drauf. Es kam. Oh, jetzt kommen sie alle auf Jaha. Oh je, oh je, so. So, kann May auch nochmal angreifen? Oh, ist doch gut. Aber die will einfach nicht aufleveln, die doofen Kuh. So, greifen wir jetzt einfach mal so an. Oh, dieser Stab ist ja auch so hässlich. Das muss ich mir dazu sagen. Ja, ja, komm. Ist mir egal. Weiß ich nicht, dass Slatey jetzt platt macht. Das wäre nicht so schön. Naja, probieren wir es einfach mal. Okay, und ich hatte mal eine Befürchtung. Also vollkommen unbegründet. Jetzt kann ich gar nicht angreifen. Den scheiß Gardo. Naja, dann muss ich den halt.